Get up, hier ist der KypyOne. Willkommen auf meinen Stream. Hast du aufgeregt eigentlich, Julio? Heute wird mal Fortnite und es funktioniert. Das ist schon mal eine geile Sache, aber ich würde ja momentan keinen Pettelpass kaufen wollen. Weiter musst du Kopf und dann noch, alter Schnickhaus. Alter, weißt du was ich meine? Das ist noch ein Tick anders beim ersten Arbeitstag. Gleich mal volles Programm. Ja, okay, dann da die Treppe hoch und jetzt? Ja, und was macht man da eigentlich bis dahin? So, was gibt es denn denn Neues hier? Eigentlich nichts, eher Eminem, blau, geil. Man fängt schon eigentlich an. Nein, wie viel Uhr? Das ist okay. Bis? 16.30, glaube ich, oder? Ja, beim Pettelpass kannst du alles freimachen, aber... Also kannst du mit 17 Uhr... Aber machen wir mal... Ja, wollen wir mal... Ja, wollen wir mal... Rockets League... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das sind... Ja, das sind... Ja, das sind dann die geilsten Tage, wenn du dir denkst, okay, Sturm ist da. Ja, du könntest nach Hause gehen, geil. Du kannst machen, was du willst. Wo, Digga? Ich bin doch gegangen, und jetzt? Dann hast du den Schlüssel schon. Gibt es ohne Bauen, oder sowas? Ja, der war richtig. Ja, klar ist, dass du mit... Aber wo hast du den Schlüssel gefunden? Der war in einem Zwischentodest. Von der Treppe. Geh mal vom Anfang, geh runter. Was macht er? Hier, null Bauen, Alter. Ah... Weiter runter, ganz am Anfang. Schauen wir mal... Wow... Schaut dir geil aus, die neue Map. Du... ...tja... So... Ich gehe schon... Hahahaha... Nicht nicht... Vor tal... ...eines Waffen an, Alter. Das war voll extrem geil aus, Alter! Oder warte mal, warte, 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 ich überlege was. Nein, nein, nein. Geht vom Anfang nochmal. Ja, genau. Haha, Peter Griffin. Oh, Rippen, Peter, Peter Griffin, no yellow. Hier, warte. Der war auf dem Weg, also hast du es schon eingesammelt. Oder er ist schon da drin. Bist du mal schon mal hingegangen? Also du musst den Schlüssel hinterher. Ich bin mal gespannt, wie die Map so ist. Dann hab ich den bestimmt übersehen. Also, den Nebenkreis musst du doch schon haben. Geheimes Lager im Schloss. Arthur Plotty. So heißt der. Ja. Da hast du auch die Schattenkarte gemacht. Ja, genau. Da hast du sie in den Rufpunkt gemacht, das macht. Und dann bin ich dann immer hin. Also, das war schon nicht. Ja, schon noch. Ich bin, die hat die Fettes gemacht und bin hin. Aber, ja, dann hab ich auch noch immer geschlüsselt, ja. Ja, krass. Okay, was wurde ich geändert? Das sind Züge und alles. Digger, ich fliege hinten, Alter. Das ist ja voll krass. Was ist hier passiert, Alter? Mein Skinny ist ja voll nah auf meine Fresse. Hm? Oder sah das nun so aus? Ja, ich glaub, du bist jetzt einfach Hogwarts für uns, oder? Hahaha. Digger, Digger. Was ist da los, Alter? Ja, Alter, die Empfindlichkeit muss ich ändern und alles. Na, hallo, Arthur. Ja, ich hoffe. Okay. 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 Das sind sie doch alle, ich soll das vielleicht auch mal weiter runter gehen. Achso, nee, da habe ich das 2x gedrückt da. Ich habe die nicht, dieses Schiff gemacht. Oh, ich schaufe, ich schaufe, alles weg, ich schaufe, alles weg. Ja, ich brauche Pistolenkills, meine Damen und Herren. Das sind halt die einzelnen Schiffen. Ja, was macht der? Kannst du schon Schlösser knacken eigentlich? Ja, ich muss alles lernen, alles, die Missionen, musst du alle einfach die Missionen machen, da kommt alles schon automatisch. Wollen aber nicht abwarten. Doch, 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 klar abwarten. Ah, hier ist doch mein Spiegel. Ja, ich habe voll geil gemacht gerade, ich bin nicht wieder glücklich mit Fortnite zu sein, guck mal, mehr Bäume und alles. Pflanzen, richtig nice. Wollen du gammeln, Leute, die rumgammeln wieder, irgendwo, und warten, bis du vorbeiläufst, die brauchen noch einen Kill noch. Schau mal, die geile Schnapper da vorne, die bin ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Wow, und du kannst sogar schneller trinken, Digga, als vorhin, das ist ja schon mal geil, Digga. Das ist ja ne geile Erinnerung, Digga. Was ist drin? Nein, du kannst dich schneller trinken, als vorhin. Oh, cool. Ja, das ist schon mal ein Plus. Ein Plus ist Plus. Da vorne ist einer. Und wieder ein Schmötterling. Oh, die Tonne kommt abhauen. Nice. Ah, und rein. Nice. Geile Sache. Oh, ich hab bestimmt halbes Jahr kein Fortnite mehr gespielt, weil ich einfach Pause haben wollte. Super duper. Super. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ah, keine Ahnung. Ja. Kannst du mich auch einladen? Ja, kann ich. Klar kann ich dich einladen. Ich muss warten nach der Runde. Professor, was geht aber manchmal mit einer traditionellen Aufbildung? Ich hatte mit mir um einen Futterfellig, wenn Sie das fragen würden. Das war die Sprechklasse, die ich suchte. Hä? Ich hab sie gefunden, die Sprechklasse, die ich suchte. Ah, okay. Das ist ja nichts mit Spaß zu tun. Ja, ich hab jetzt auch eine. Aber... ...wirkt mich noch nicht. Was? Okay, sonst ist es halt so. Okay, äh, Killer HD. Nix gut dieser. Nächstes Mal der Sieg. Na klar. Äh. Warte, man muss erstmal die Kamera weg machen. So, wo ist denn Killer HD? Killer HD finde ich gar nicht. Pfff. Blechtdächen. Heißt du auch Killer HD, oder? Schrank mit so einem Schlüssel. Ist ja auch ein schlechter Sessel. Gibt's auch einen Sessel, aber der ist ein bisschen anders. L-Win L-L-L-L-E. Gala. Soll ich dich einladen? Ja, lass ich mich mal leihen. Ja komm, lass mich mal leihen. Sonst werde ich sauer. Ja. Und dann muss da irgendein Schlüssel mit Flügel rufen. Den muss man dann nachlaufen, zu dem Schrank, wo er nun fliegt. Dann, wirklich. Dann, wirklich. Weil er muss sich ja dann irgendwie warten, bis der Schlüssel genau vor Schloch fliegt, um dann in der richtigen Tasche zu drücken. Aber dann macht das das besser. Ja, was ist jetzt mit der Einladung, Kollege? Ja. 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 Jetzt sind wir kurz den Platz vergessen. Jill find dich noch nicht. Die Gruppe ist private gar, bloß nicht die private Gruppe, Digi. Da ist der Schrank. Hier bekomme ich den Schlüssel rein. Bis zusammen mit der Playstation Live, oder, weil ich finde ich... Du geh einfach beitreten. Suche nach Gruppe. Warum soll es privat sein? Das ist nur ein kleiner Moment. Zack! Daneben. Ach nix. Kannst du morgen, wenn du siehst? Ja, schwach. So, nice. Dann lass loslegen. Ah, ich war noch gar nicht befreundet, Alter. Ist ja kein Wunder, Digi. Hast du geschafft? Sehr gut. Ja, Digi, ein bisschen Bossl will, hab ich keinen Bock drauf. Digi, ich hab keinen Bock auf dieses Scheißspiel, Alter. Digi, ich will Multiplayer spielen. Ich hab jetzt keinen Bock auf Missin und Bossl, das hab ich letztes Mal schon gemacht. Du bist Anführer. Achso, ich bin Anführer. Du musst wechseln. Super, du musst wechseln. Ja, geile Sache. Ja, da merk ich voll, dass ich lange nicht mehr gespielt habe, Digi. Na, mach bereit, komm. So, und jetzt gehst du auf die grüne Flamme, hier... Oder hier oben, Digi. Genau. Und jetzt, äh, vier. Ja, mach doch bereit. Was ist, was ist jetzt das Problem? Ich glaub, wir verlieren. Ich hab noch nie Tastatur benutzt für Fortnite. Ja, Digi, scheißegal. Wir zocken das hier jetzt ab. Wir zocken das weg. Wir zocken das weg. Nein, alles weg. Einen Säckel voll den geilen Mantel. Wo hast du den gefunden? Ich würd's natürlich früher fragen müssen. Ich glaub, durch ne Quest hab ich den gekriegt. Okay. Stimmt, erscheinungsst du, der Herr weiß schon, wo ich den hab. Hab ich schon gesehen, die eine Quest. Weil steht ja immer dort, was du gelungen... Was ist da los? Was ist da los? Hallo? Achso, jetzt fängt's an. Okay. Dann let's go. Let's get a party, yeah. Let's get a party, yeah. So, welcher Auftrag mach ich denn jetzt? Ja, ich bin jetzt hier doof mit Hargoth. Kann ich wieder Hauptquest machen. Bis jetzt schon, ja. Der Rest sind alles nur diese Dinger. Ja, halt die Reisepunkte. Komm ich nach und nach. Jingle bells, Jingle bells, ey. Jingle all the way. Rock my fire, roll a leg in a tiger, roll a gun on a sleigh. Hey. Leute, es ist noch Platz frei für... Du hast die nur platziert, mehr war das nicht. Äh. Ich weiß ja nicht, wie viele du brauchst. Das ist ja scheine. Geh mal da rein, komm. Vielleicht brauchst du erstmal welche. Na, aber ich muss auch hier. Ey, Kai. Ey, du Hodenkobolt. Ja. Was bringen die Hausmarken eigentlich für das jeweilige Haus, was du da in die Truhe platzieren tust? Da kriegst du was. Ich habe nur die Truhe noch nicht aufgekommen, weil ich sie auch noch gerade beim Machen bin. Ja, aber wie viele Münzen brauchst du? Weil ich habe ja eine, aber du denkst jetzt ja... Ich glaube 10 oder so ungefähr. Oder 20. Bei der Truhe wird, wenn du die Truhe aufmachst, wird die dann angezeigt. Wenn du die Truhe was reinmachst, wird sie dir angezeigt, wie viel die noch fehlen. Abpassen, da ist einer. Ja, witzig, Alter. Jetzt habe ich den Schmetterling, aber ich weiß gar nicht, wie ich zu dem einen Ding hinkomme. Ja, witzig. Ja, witzig. Ja, witzig. Ja. Ja, witzig. Die kennst du Werken. Ist hier irgendwas? Na die Truhe, ja. Ja, aber die... Über die oder unter Truhe sind. Ja. Das ist nicht... Links, wo wir nicht... Digga, hör auf meinen Kills zu klauen, Alter. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Nice, 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 nice. Säbel. Hä? Seit wann liegt die da mit rein? Ich hab noch einen Zocken, oder? Ich hab noch einen Zauberstab. Ich hab noch einen Zauberstab. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte es echt markieren sollen, Mann. Digga, mach dir keinen Kopf, das kommt immer wieder. Ja, ja. Oh, wie eh das sieht man, das sieht aus. Haha, guck mal, was ich da hingeschrieben habe, Digga. Wie viel kostet eine Benzin, Alter. Also Leute, meine Damen und Herren, wir tun jetzt Benzin in Fortnite. Kauf wenn, das wird ja echt nice, Leute. Das ist ja billiger als in der ganzen Welt, ne Benzin. Benzin. Ja, Digga, bleib mal ziemlich, Alter. Ist das eigentlich eine G-Klasse? Nebeneinander. Ich glaub... Ja... Was geht ab? Was geht da ab? Digga, du kannst nicht mal fahren, Alter. Digga, was ist los mit dir? Ach, Digga, bist du... Bis wir angekommen sind. Ja, das haben sie nicht immer abgeschafft. Ach, Digga. Eigentlich voll behindert, weil das ist ja eigentlich... Nur deswegen haben wir es eigentlich gemacht, oder so. Ja, nein, das ist schon auch Geld machen, das ist auch ein eigenes Profilhaft. Was, was hast du? Dein eigenes Profil, ja, und was machen? Ja, natürlich. Alles im Runde. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist nach den Händen. Ja, ja, ja. Wie viel hast du schon? Ja. Ja. Ach, Alex. Ja, das ist ja auch schwer. Ja, das ist ja schwer. Ja, das ist ja auch schwer. Ach, Mann, das ist ja auch schwer. Das ist ja auch schwer. Das ist meine Haustür. Ich brauche wohl noch mehr Haustür, um sie zu öffnen. Ja, wie es aussieht. Ja, kannst du doch zählen, Alter. Schau dir das mal an. Hausmage, Alter. Halleluja. Oh, Sche... Digga. Entschuldigung. Entschuldigung. Wow. Entschuldigung. Entschuldigung. Verteidigungszauber, okay. Ich habe eine neue Waffe, ihr habt eine neue Lieblingswaffe. Welche? Keine Ahnung, wie die heißt. Automatischen Rache Transflinte. Wann kriege ich eigentlich meinen Besen? Du musst die Besenquests machen. In der Stadt gibt es so einen Typ, wo ein Supermarkt ist, so ein Besentyp. Da musst du hingehen und da musst du wirklich ein paar Quests machen. Gibt es jetzt schon? Weiß ich nicht, du musst halt in der Map gucken, ob du in die Stadt schon gehen darfst. Das ist genau da in der Stadt, wo du halt deine Stäbchen geholt hast. Was für Stäbchen? Ja, was für Stäbchen? Sein Zauberstäbchen. was für Stäbchen? Was für Stäbchen? Was ist das? Oh Ja, laden wir nicht, jetzt ist es nicht so, aber kannst du ja nichts haben. Und der Wiesentritt hat nun alle da. Ich kenne das. Aber wieso sehe ich das nicht? Ah, jetzt sehe ich das erst. Jetzt sind wir hier, aber ich stube 40. Oh, yes, baby. So muss es laufen. So muss es laufen. Oh, 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 oh. Was ist das? Das ist was? So, weiter geht's, komm. Ja, ich will keine Harpune haben, danke. Das Ding hier. Ne Harpune, mein Freund. Das Ding hier. Munition Sturmgewehr Munition Sturmgewehr Munition Sturmgewehr Munition Sturmgewehr Munition Sturmgewehr Munition Sturmgewehr mit den restlichen die werden dir nicht angezeigt ich hab's nur per geräusch gehört gehört und da musst du halt den schrank hat drin ist er du hast ziemlich gut getroffen ich hab auch nur auf die mitte gestoppt ja klar dicker bullshit hier so bullshit alter ja wie viele schüsse hat er gemacht drei schüsse hat er gemacht zwei runden gekreuzte stäbe gewinnen eine runde in zauber kombination mit lucan brett levy durch von der easy Okay. Alter, geh ich jetzt grad hin. Na ja, mit dem Feuer. Das mach ich jetzt grad, glaub ich. Ha! Nochmal ne Statue. Schlüssel. Auf geht's. Und wieder geschafft. Ha! Der dritte. Zufällig. Digga, dein Laptop ist... Siehst du denn? Der ist dunkel. Ich bin halt einfach ein richtig guter Spieler. Oh! 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 Schade! Ja, wenn du da gammelt, guck mal. Der sitzt da und gammelt da rum. Zurück in den Lobby, bitte. Bitte, bitte. Danke, danke. Schade, trotzdem gute Wunde. Ja. Das ist viel zu kompliziert mit Tastaturgesicht. Hahahaha. Ich weiß, ich weiß. Ich hab auch mit Tastatur gespielt. Ja klar, nächste Runde. Auf geht's ins Duell. Ach, du gefruchtet. Alles gut, jetzt. Oh, ey. Oh, wir sind voll. Oh, nimm. Oh, nimm. Dieses Mal gewinnen wir. Sonst geht die Welt morgen unter. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo. Alexa. Ich glaube, die Alexa ist kaputt. Du heißt... Dude Battle. Ah. Alexa? Meine Alexa ist tot. Die sagt nichts mehr. Ich hab einen 200 Ping. Ist das normal? Nee, aber... Ah, meine Alexa ist wieder da. Gott sei Dank. Jemand ist am Arsch. 200 Ping, Digga. Dann ist das Internet voll am... ...dich zu verarschen. Ich kann ja nicht mal richtig markieren. mal markieren alter was soll die scheiße ja guck mal die haben ein römerdinges hingemacht das ist ja geil eine römerstadt das ist ja nice was ist das für eine waffe die haben ja neue waffen und alles reingeballert also das hier das ist ja sieg Was? Was ist das? Aufstehen und strecken. Abgeschlossen. Zauberkombination, ja, ja, das muss ich gerne machen. Was? Was? Fertig. 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 Das war's für heute. 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 Ich saue dich in deine Augen rein und sage sorry. Alexa, Licht an. Alexa, Licht grün. Alexa, dunkelgrün. Alexa, dunkelblau. Alexa, aus! Das war's für heute. Aber der ist halt außen, ne? Dann könnten wir auch noch ballern in die Soße. Muss ich noch weiter hoch? Ja, klar. Ja, klar. Ja, das kann so sein. Ja, das war's für heute. 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 Ja, ich habe mir immer meine Kills klauen. Warum immer meine Kills klauen? Ja. 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 Wenn ich mehr nutze. Ja. Wenn ich noch mal ertöne. Aber es ist ja nicht. ja auf einfach so sinnlos zu töten da wissen die leute gleich wo man sind ist egal oder sinnlos zu schießen doch doch Ich habe meine Geldgeleutung. Ich habe meine Geldgeleutung. Danke. Ich habe meine Geldgeleutung. Ich habe meine Geldgeleutung. Ah, Digga, das ist scheiße, die Zone, Alter. Ich hasse die Zone. Aber nicht rausgehen, ich wusste, das ist dein letztes Schuss. Bei Freunden, Pocky, dann sehe ich Augenwiebeln, Alter, nicht rausgehen. Oh, ja, aber nicht weiter, war er nämlich schon draußen mit der Nase im Schnee. Oh, shit. Dann, Pocky, noch aufzunehmen. I can't say, you don't me. Okay. Nein, aber weiter. Und Stufe zwölf. Wolle ich jetzt. Und Stufe zwölf. Ua. Papa Lona. Denn ich sehe dich, wie du auf mich stehst. Und Stufe zwölf. Und Stufe zwölf. Wo ist? Meine Fresse, Digga! Schade. Schon wieder zwei Gesicht mit Symbolen über dem Mund. Ja, machen wir bereit. Schauen wir mal. Ja, Digga, keine Ahnung warum, was ist da los? Immer Platz zwei, das ist nervig. Ich verballer ziemlich heftig mit die Shorts, Digga. Shorts, Spam, Facebook, YouTube, TikTok, YouTube, boom, TikTok, YouTube, boom, TikTok, YouTube, boom. Die ganze Zeit, Digga. Wasser statt Sprit ist eine alte Sitzung. Ich lasse kurz die Steuerung etwas an. Bin gleich wieder da. Jo. Ich weiß nicht warum das nicht weggegangen ist, ich hab doch den Zauber drin gehabt. Zu viel 10 bin ich jetzt. Nice. Ja man, es ist weg. Alter. Alter. Das war's. 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 Wir müssen. Wir müssen die Festung. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Da bin ich mal gespannt wo alle sind. Die zone ist so schnella geworden, die Sh**zione alter. Das ist so. so nervig. Okay. hey ich bin mal kurz am essen vorbereiten ja klar der aufpassen krasses armen so danke so Ah, schade, es ging mir wieder viel so schnell, ging es mir wieder, naja, aber so ist es halt das Spiel, so geladen, also Mikrofon oder sowas geladen, also Headset, ja, schon musst Party einladen, ich gehe einfach in eine Party rein, in eine Spielparty, hey guys, hello, hello, um, 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 ah, ja, warum auf mich warten, ich muss zurück in die Lobby, sonst bringt das gar nichts, hallo, hallo, how are you doing, na, Kalti, na, wie geht es dir, alles paletti bei dir, bisschen ungewohnt mit Tastatur, ja, warum spielst du mit Tastatur, weil ich den Controller noch weniger mag, ah, ja, da habe ich Pech, man hat mehr Aim, mit Tastatur, hmm, mit Cheaten, mit Cheaten ohne Ende nicht sich das, was zum, ja, es ist nicht die Cheaten, der, wo man mit Maus Tastatur spielt, ist Cheater, wieso, ich könnte ja auch einfach mit PC spielen und in deine Lobby kommen, sag zwar, was hast du noch, ich bin ein Tastatur, wir sollten mal mit Bauen spielen, das ist auch lustig, ne, vergiss es, du weißt, was mit Bauen zu tun habe, Alter, ich kann nicht bauen, das weißt du ja genau, Digga, du baust nicht gern, ja, ich, ich kann bauen, aber ich bin so scheiße beim Bauen, dass ich genug verliere, Alter, da macht es ja keinen Spaß, ja, muss dich halt anstrengen, guck mal, wo er hin markiert, Alter, ich habe gehört, wir werden jetzt nicht Zweiter, sondern Erster, ja klar, besser ist es, alle hin, alle hin, guck mal, hast du gesehen, was für die, bei meinem Livestream, was für die Millisekunde ich habe, 0,1 Millisekunde, Digga, da brauche ich eigentlich gar nicht mit euch schwätzen was ist so denn gerade gut kx e 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 Ach was, auch gut. Das ist was ethisches. So langsam gewöhnt man sich an die Tastatur. Was so war das geil? Da hinter dir reicht eine, hallo. Okay, Steiner. Da geht nie wieder wo einer ist. Da ist noch einer. Okay. Okay. Jiga Ich bin da, ich bin da. Das war's. Stimmt das eigentlich, dass man jetzt Waffen tun kann wie im Warzone? Keine Ahnung. Weil manche Waffen haben doch... Guck mal, wenn du auf die Waffen gehst, haben die doch so Tuning-Teile eingebaut. Hast du was zum Heilen? Nee. Hab's dann gefunden. Da oben. Gegner. Ecke Gegner. Ecke Gegner. Ecke Gegner. Ecke Gegner. Bist du tot? Ja, da sind zwei Leute. Da wo ich markiert habe. Ach da. Hinter dir. Sind die drinnen oder draußen? Draußen auf dem Dach wollen die. Ja, okay, ja. Weißer was mit Turi? Schön. Bamm, gehen gleich runter. Wollen wir dich nicht heilen? Ja, hab ich doch. Was soll die Scheiße? Ja, danke. Was machst du? Hör auf mich im Anschluss schlagen, Digga. Ich sag dich doch gar nicht. Ich hab die kommen. Mann. Wie? Ich verstehe es nicht heil viel. Ja. Ich ja jetzt auch mit Fortnite. Ich gehe wieder GTA. Ja. Hahaha. Das ist was einfach ist. Das ist was einfach ist. Das ist was einfach ist oder was? Ist halt besser für meine Nerven und meine Geduld. Oh Mann. Kannst ja noch mit deinen Zuschauern Fortnite spielen. Kommt momentan keiner zum Spielen. Dann geh doch wieder auf YouTube. Da kommen bestimmt viele. Nein. Kommen nicht. Nein. Doch. Egal. Die Leute wissen doch wo ich bin. Ja. Lass dich jetzt greifen. Bis dann. Jo. Ciao. Hau rein. So. Dann machen wir mal weiter hier. Bist du nicht mehr in der Party? Was? 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 Ich war gerade in der Spielparty. Ach so. Ich muss doch das Fortnite doch abfacken oder nicht? Ja. Es kommt bald Lego. Da freu mich schon drauf. Lego. Lego Fortnite. Okay. Das ist ja wild. Das. Das. Wird krass. Du sahst aus wie ein Lego Typ. Und dann musst du dann. Natürlich tust du dann halt die. Wie ein Lego die Sachen aufbauen und sowas. Mike. Okay. Yo. Servus. Ja. Ich bin am kochen. Na. Ich bin am kochen. Ne Mike. Sorry. Wie meinst du? Ja. Ja. Super schön. Geil. Toll. Aber trotzdem schaffe ich es nicht bis 6 Uhr zu dir. Weil ich will jetzt noch gucken. Und dann wird jetzt noch essen. So. So. Ja. Dann hole ich sie ab. Ja. Dann hole ich sie ab. Ja. Dann hole ich sie ab. Ja. Das ist einfach nur Bullshit. Digga. Ich weiß nicht wie lange es dauert. Wie lange dauert. Wie lange dauert. Wie lange dauert. Wie lange dauert. Ja. Ich muss aber jetzt auch. Ich muss einmal eine Minute kochen. Das machst du fertig. Ja. Und dann. Mein Gott, der ist ja eh heiß. Dann warte ich halt bis du wiederkommst. Das ist doch kein Thema, aber dann hast du es hinter dir. Ja, Digga, ich hoffe, du sitzt hier nur auf und dann fahr ich los, aber dann wird's zack, zack. Also, die Pro kommt, nimm dich mit und fahr gleich weiter. Okay? Dankeschön. Bis dann. Weißt du, dann kannst du hier herkommen, dann ess mal und dann kannst du wieder zacken. Ja, klar, ich muss dich noch aufholen. War ein Witz. Alles gut. Ich weiß, dass du der Durchdauer-Auto als System, du hast dir jetzt alles schon geschaut. Das hab ich jetzt zum Beispiel schon gemacht. Den Reuterkunde kriegst du ein Hesky-Dohr. Ja, ja, aber das hab ich ja erst jetzt freigeschalten. Hier, schau. Also, wir sind schon, ein bisschen Unterschied ist schon auf. Weil, wenn ich jetzt halt gleich hier reinschaue... Das ist halt einfach vom Einsammeln. Ich geh halt ein ganz anderes Grundprinzip durch. Ja, aber schau mal, von den Aufträgen jetzt her. Ich hab hier jetzt die zwei Aufträgen. Ich bin jetzt hier bei diesem Mädchen aus dem U-Arc-Goku, bist du da auch schon? Was ist denn Ding? Ich bin nackt, die Unheil. Ich bin schon auch schon nach der Lauer-Aufs. Nö. Das einzigste außerhalb war die Kaufstadt. Was hast du denn schon gemacht? Was? Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du gerade mal erst im Hauptspiel warst. Wie viele Bücher hast du? Die Bücher? Ja. Ich bin so 21. 25. Was bist du? Wie meinst du Bücher? Ach so. Auf der Karte. Nein. Hier. Das ist eine Ausforderung, oder? Ja. Handbuchseite. 27%. Aufträge. 12%. 11%. Ich muss uns nur speichern. Die Schlauze wieder nach dem Helikopter. Musst du raus? Ja, ich weiß ja nicht mal, wie ich da runterkomme. So, heute habe ich ja nochmal einen Auftrag. Da war doch das Ding gerade. Hä? Ich bin völlig falsch. Aber doch richtig. Ich bin völlig falsch. Du wichst. Und wieder so'n Schlüssel. Und wieder drin. Ja! Du wichs. Ja, bis jetzt das erste Mal verfehlt. Ja, bis jetzt... ja, bis jetzt das erste Mal verfehlt. Also beim allerersten Mal das erste mal und seitdem wir immer getroffen. Hausmarken gekriegt Ah Ich glaub dadurch kriegst du die Hausmarken Ja klar Nur dadurch, denn du kannst bei der Truhe nachziehen wie viele Hausmarken Okay Okay Ich trau mich die Brüder, wo ich jetzt hab Hast du doch gute Klamotten, zieh sie an Ja, aber trotzdem Ich muss mich kaputt gehen Ja Durchs Laufen Durchs Laufen Hast du Käse schon rein? Nee Die warme Saun Ja Das ist genau der richtige Zeitpunkt Das ist kurz vor kurzem Das war ein Drachival Hahahaha Oder soll mal alles rein? Hau rein Ich kann doch jetzt sehen Zeitzeug Hasta la vista, Baby Jiiiihii Immer noch Ach du Mann Es geht ein bisschen Käse Das muss ja auch da laufen Ich bin Käse süchtig Ich bin Käse süchtig Ich bin Käse süchtig Ich bin auch Käse süchtig Ich bin auch Käse süchtig Gib mir den Rankenbärkäse und der ist schon weg Nee, den schaffen wir auch mit Gouda Wenn okay Ich bin gentlemen Nein Ich bin körig Das muss mich Anfänger Ich bin Zitat Sich 화 Na, jetzt hoffn wir drunter. Soll das kurz aufkochen, oder? Ja. Alter, was ist das für ein... ...klar ist da Wasser drin. Oder? Digga, warum leckt das so, Alter? Amira, du bleibst auf deinem Kissen. Du musst dir schon wieder aufstehen, wobei ich mir Schuhe anziehe. Ja, wie ist der gestorben? Doch nicht wegen meinem Schuss, oder was? What? Wie kann man da eigentlich, kann man da meditieren eigentlich, dass es Nacht wird? Ja, aus der Karte gehen und wachsen drücken. Die Spirouden, der andere Seite. Ah. Cool. Du... Du... ... für die Pfeifigkeit. Guck... 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 Guck! Ich kann es doch nicht und wenn man ja ausküpen lässt. Guck! 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 Aber wie du willst, du kannst das anheben, mit dem Wasser, wird halt der Experimentseller auflaufen. Uuuuhh! Okay. Oh, Geschenke, Geschenke, ohne Geschenke. Love me, love me, Baby, love me, bummi, bummi. So, Auflauf gibt es heute. Du bist mein John Männlich, denn ich liebe Dich. Da sieht man voll wie die abhaut, Alter. Oh, ich bin da nicht jetzt. Ja, das Laufen haben die ein bisschen reduziert. Oh, ich bin da nicht. Und wie lange auf wie viel? Genau wie gar nicht gemerkt. Ja, ich bin da nicht. Ich bin da nicht mehr zu 100% zentrieren. Eher nach einer neuen Schau. Heute nicht mehr. Ich bin da nicht mehr zu 100% zentrieren. 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 alles auf normal wahrscheinlich weil ich noch nicht so dran gewöhnt bin wieder Fortnite zu spielen so Leute das war es jetzt heute mit Fortnite ich lasse gerne ein Abo da und ein Like da und wir sehen uns dann wieder die WoW gerne mitspielen wollen die können gerne ein Twist vorbeischauen weil alleine zocken macht nicht so einen Spaß doch... Oh mein Gott so was mit mir ich bin alleine oder was die ja echt jetzt ich bin jetzt alleine hatte ja das ist doch scheiße alter wurde mit gruppen spiel ok was ich vor voll schwer ich habe immer gespannt 1,5 Minuten erst 1 dann 2 dann 3 dann 4 dann steht das christkind vor der tür klingeling klingeling hier kommt der eiermann jetzt sind dann hey siri timer auf 30 minuten dich ausziehen und voll und da müssen nackt tanzen ach so ist ja meinst du ich gebe dir leeres biker oder was klar der mic nee das nicht aber ich habe den biker nicht gesehen ja den akku der leute mic Sonst muss er mal schauen. Deswegen hab ich ihn immer auf den Sims. Weißt du warum das eine Fahrrad das Hardtail da hinten steht? Das hat einen Platten. Was beim Hänger stand. Das ist was beim Müll stand. Hinten am Hänger stand. Von Pipa ist drin. Ach so das was ist am Platten. Da hab ich ja gesagt er hat den Platten. Aber das ist von drüben. Der Weihnachtsmann. Oh sehr nice. Dann komm nur her. Dann kannst du ihn lecken wenn sie will. Ja. Bist wieder daheim oder? Bist heile daheim ankommen. Okay. Wie war's was gab's zum ersten? Pipi Kaka Fürze. Freut mich. Bist du gefahren oder ist sie gefahren? Glaub ich nicht. Schau beide. Du bist hin sie zurück. Du hin und sie zurück oder? Ich bin 10. Na schade. 10. Ausrüstung hab ich hier. Sammlungen. Dann. Ausforderung. Aufrägen. Ja. Ich weiß nicht was gemacht. Mist 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 Mist. Was ist jetzt schon wieder unten? Ich weiß nicht. Das ist alles Sachen. Aber ich will ja mal zu haben. Der muss das ein Problem haben. Ich weiß nicht nur hier. Aber ich will nur noch einmal zu. Ich hab die schon Zugestanden gehabt. Ich hab sie irgendwo schon rein getan. Aha. Ja, die garo, das ist voll shit Das kann ich nicht mehr machen. So Leute, ich will jetzt erst mal kurz ausmachen, danke für die Likes, danke, dass ihr da wart, und ja, ich geh jetzt kurz raus und dann komme ich wieder. Aufschreien Leute, Servus, Peace. Gehst du, oder wie? Oder hast du noch den Stream beendet? Hm, Stream beenden.